Willkommen, Willkommen liebe Freunde zu einer Wartung angespielt ab und zu mal heute von der App Spikes Und ich sehe schon, ich denke mal das wird wieder so ein Score-Spiel, wo mal Dauer stirbt. Warum ist eigentlich ein Sound an? Ah doch, jetzt ist Sound an. Also war vorher auch schon, aber irgendwie kommt so wenig Sound. Äh, tap to jump. Äh, jump. Jump. Huch. Okay, replay. Äh, wo es ja nicht jetzt schon losgeht. Oh, okay. Wow, 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 wow. Heißt jedes Mal, ich bin sowas von tot. Jedes Mal, wenn man gegen die Wand pokt, ähm, ändern sich die Stacheln an der Wand. Und, äh, ähm, wir müssen aufpassen, nicht gegen die Stacheln zu rennen. Wo ist das Bonbon? Ach, da oben. Aua. Das ist ein bisschen zu schade. Äh, six points schon wieder. Wir kommen noch nicht auf sieben Punkte. Oh, geh mal mit dem Shop weg. Geh mal mit dem Shop weg. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist natürlich ätzend, weil mein Finger irgendwie gefühlt die ganze Sicht hier raubt. Manchmal muss man auch gucken. Oh Gott, ich bin sowas noch tot. Werbung? Schwarzbild? Hallo? App? App? Ernsthaft? Guck mal, es ist schwarz. App? Ernsthaft? Okay, ich beende sie, starte sie erneut. Cool, auf jeden Fall. Sehr, sehr bugfrei, das Spiel. Es will wahrscheinlich die schlechte Werbung zeigen. Und die schlechte Werbung ist so schlecht. Ähm, ähm, bestscore 8. Siehst du, wir haben unseren, unseren Score gebrochen. Und die Schweine wollten wir uns einfach nicht zeigen, die... Typen. Äh, ich bin über ein paar Wochen drüber. Oh Gott, oh Gott, ich bin so was noch am Arsch. Scott, 10 points in the sinken. Haben wir 10 Punkte? Collect 2 candies in the game. Tatsächlich haben wir 10 Punkte. Aber da steht es mal hinten riesig drin, wie viel wir haben. Aber ich... Achso, nee, es sind... Achso. Ach, die Kennen sind gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist zu überleben. Naja, so für den Arsch. Die Kennen sind gar nicht das Wichtige, sondern da zu überleben und gegen die Mauern zu preschen. Ach, ich drücke immer auf den Job, ey. Ist ja Wahnsinn. Weil das halt wirklich echt... Schlimm dort ist. Okay, also wirklich gut zu wissen. Dann versuche ich also nicht unbedingt die... Ja, ja, okay. Ich lasse es. Versuche ich unbedingt Bonbons zu bekommen. Was natürlich aber ganz toll wäre, aber... Was nicht ist, das soll halt nicht werden. Was jetzt? Ich wurde auch nicht mal getroffen, du Arsch. Kannst du vergessen. Achso, im Shop kann ich dann... Nee, kann ich nichts. Mal gleich gucken, im Shop, was es mir bringt. Die Candys. Ernsthaft? Nein, geh weg mit der Werbung. Die ist schlecht. Und von der Werbung wird mir schlecht. Okay, also... Gut zu wissen, wie gesagt... Kannst du vergessen, Alter. Das Ding ist... So eine lächerliche Hitbox wieder mal. Das nicht mal ansatzweise in der Nähe da irgendwie... Hinjumpen. Unser Kopf ist zu fett. Oh, guck mal, der Schnappzug im Schnabel. Wie süß ist das denn? Wow, das war sehr knapp. Ernsthaft? Kann... Könnt ihr mal weggehen? Ich würde diese beschissene Bonbon haben. Interessanterweise habe ich es gerade bekommen, obwohl... Das hätte gar nichts. Egal. Ich beschwere mich mal nicht. Das ist schon wieder down. Okay. Ihr wisst ja, was ich davon habe. Vor allem, das nervt. Ich sehe durch meine eigenen Finger... Das Game nicht. Weil ich da irgendwie immer hin tippen muss. Und auf beiden Seiten muss ich mal hingucken, wo dieses verdammte Bonbon jetzt so nur ist. Ey. Äh. Da will immer schlechte Werbung kommen. Und die ist wirklich so schlecht, die versteckt sich in dem schwarzen Bildschirm. Oder in dem schwarzen Bild. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich, die... Also die ist nicht mal bugfreie, nicht mal ansatzweise bugfreies Team. Game of the Year. 2048, ernsthaft. Das ist das Most Blade Game of 2014. Oder 2014. Ist ja lächerlich. Weißt du, die stumpfesten Spiele überhaupt. Die kriegen einfach mal die... Ist traurig. Egal. Ich gönne es Ihnen. Das ist wirklich kein schlechtes Spiel. Aber es ist stummvoll. Also ich weiß nicht, was daran so toll sein soll. Hm. Ich werde mal unten tappen. Also ich werde nicht weiter oben tappen. Ich werde so unten da, wo die Stacheln sind. Macht schon mal wesentlich angenehmer, finde ich. Oh Gott, oh Gott. Mit denn in den Stacheln reingeflogen. Holy shit. Okay. Best Scores bisher 14. Das war schon... Was ich wahrscheinlich gerade gemacht habe. Wir können mal versuchen, ohne zu... Ohne die Candies... Einzusammeln, die Sprünge schaffen. Irgendwann wird man immer verlieren, Wenn man sich einfach irgendwo nicht konzentrieren wird. Gerade, wenn man die ganze Zeit rumquasselt. Und aber die Fresse nicht halten kann. So wie ich gerade. Irgendwann wird es böse schief enden. Äh, böse enden, ja. Ja, und man bekommt wahrscheinlich auch immer mehr... Mehr Stacheln. Und es verwirrt irgendwie, dass die... Ganzheitlich die Farbe... Willst du mich verarschen? Ah! Seid ihr ein paar Penner, ey, wirklich? Was seid denn ihr für Affen? Ne, machen wir nicht die Rangles jetzt auf. Don't touch the spikes. Ernsthaft? Okay, versuchen wir es nochmal. Es sah interessant aus. Sehr interessant. Mit der 25. Ab der 25. 40. Das hat sich halt ändern. Ähm, dann ist halt nicht mehr... Jetzt ist es so... Wir müssen... Den Spitzen-Ding ausweichen. Dann war es irgendwie anders. Also, ich habe es jetzt wieder vergessen, wie es aussah. Und ich weiß auch nicht, warum ich da verloren hatte. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn ich es bis dann schaffe, aber das ist glaube ich bis 25. Wird jetzt kein Problem sein. Das sage ich... Das ist mies, was ich dieser... Dieser schwarz-weiß. Das ist krass. Also zumindest habe ich eins mehr geschafft. Das ist immer schön. Ähm... Kann ich mal irgendwie auf den Dings zurück? Replay. Genau, so kann ich zurück. Was kann ich mit den Bongungs machen? Ne, ich will aber... Ich will die aber nicht machen. Ich will die ausgeben. Ich will keine kaufen. Ach, ein Duell? Ne, auch nicht. Ist nicht das, was ich machen kann. Was ist das? Ach so, cool. Man kann gegeneinander am gleichen Gericht. Ich finde das auch interessant. Das war die Rangliste. Das war auch einmal die Rangliste. Aber was kann ich mit den Cave? Okay, grüne Kristalle. Für 50 Candies. Würde ich gerne machen, aber... Hab ich gar keine. Welcome to your park. Upgrade your park by tapping on the hammer to attract more birds. When you see a bird, tap on it to get a diamond. Spend the diamonds to get explosive. Okay. Kann ich... Was kann ich mit dem Hammer machen? Upgrade, der Park to see more birds flying around. Upgrade, go, go. Und jetzt mit dem Hammersee, äh, dem Vogelsee. Soll ich auf ihn drauf... Soll ich auf ihn draufklappen? Das war's, ein einziger Vogel. Ich will mehr Vögel sehen. Doch, da ist einer. Ich kann sie mehr und mehr schlagen. Also auf jeden Fall kann man hier noch ein bisschen was anderes machen, als nur stumpf gegen die Wand zu schlagen. Jetzt kann man auch noch andere böse Birds kaputt machen. Ich mach noch einen kaputt. Ich will einen Diamanten haben. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Diamanten überhaupt machen kann. Also, es sind sogar zwei. Geil. Und noch einer. Wow. Jetzt geht's aber ab hier. So. Spend the other to get exclusive birds and to upgrade your park. So, später brauchen wir die Upgrade für die Upgrades noch für unseren Park-Upgrade. Brauchen wir die Diamanten später auch noch. Ähm, was können wir exklusives kaufen? Da. Birds. 0 grüne 36 Dingenson und, äh, 5 Dingenson. Davon haben wir noch. Aber. 10 Challenges. Okay. Naja, hab ich nicht genug. Logisch. Kristalle. Kristalle. Hier haben wir so 10 Kristalle. Also 10 Diamanten. Ähm, na, 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 na. Machen wir mal ganz kurz hier bei den... 10. Da. Blauen Bird und Roten Bird. So, äh, wie hessisch sind die denn? Die will ich ja nicht benutzen, ey. Siehst du aus? Wir machen noch eins. Eine, wir machen noch. Gucken wir mal, wie weiter noch kommen. Vorzugsweise mit Candies einsammeln. Okay, das war's gewesen. Und da kommt schon wieder der schwarze Bird. Schon ja, Leute. Also, wenn ihr die App spielen wollt, dann müsst ihr euch leider damit zurechtfinden. Aber, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Spiel Spikes. Hieß es, glaube ich? Hieß es Spikes? Es ist Spikes. Ja, jedenfalls hat es mir vorgeschlagen gehabt. Ich installiere mir sowas ja, äh, würde ich mir sowas nicht selber installieren, weil es einfach komische Spiele sind, die ich auch gar nicht kenne. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, aber dass es rumbackt, ist jetzt nicht so toll, finde ich. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen frustrierend eigentlich. Na gut, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Angespielt-App. Bye, bye!